Oh schon sieben. Oh die sind mega weit. Nein, ich hab... Fuck ich. Ich hab zwei von diesen... Was ist das hier rum eigentlich für ne Kacke? Was ich hier gekauftet hab? Das sieht ziemlich ähnlich aus, ne? Was bringt das? Das ist dieser Slice & Spice. Ja, weiß ich. Was bringt der? Damit hab ich den Spawner gemacht. Wenn's dir gefällt. Bleib zu dir, ja. Haben wir irgendwo voller rumfliegen? Bestimmt nicht. Doch, und das muss da auch... Da oben, ne links, 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 hier in der Mitte. Da, Wolle. Wolle! Ich lass jetzt mal die Bäume an. Jetzt brauchen wir nur Rosenroten. Gutz, Gutz, Gutz. Ich würde sagen, dann nehmen wir am besten Barrels noch mit, ne? Wo wir die Koppels da uns reinpacken lassen. Das wäre ne Idee. Dann nehmen wir noch 6 Kisten mit und Barrels. Das wäre ne Idee. Was ist denn das? Rot? Au. Ne Mutte. Oh, da ist er voll auf einmal. Keine Ahnung. Ähm. Was brauchen wir noch? Hab ich noch Barrels genaust. Letter Barrels? Was ist denn better Barrels? Das ist ne gute Frage. Ich brauche Kiste, Kiste und Holz. Kiste, Kiste und Holz. Wie mach ich? Ne? Nö. Nö. 2-3. Nö. 2 in der pferde noch das stimmt generell generell ja 2 stück sollte reichen dicke aber wir haben ja Zeit ne wer ist die kacke noch macht das schon da ist er da? ne ich glaube nicht sonst wäre da auch viel zu büster ach stimmt ich warte mal nicht ja wir probieren gleich erstmal hier die Dings aus diese gummi matten da ja ich hab ihn mal angestuft ja ich kommt ja vielleicht sieht das ja so ich hab selber gemacht ok 3 stück? 2 stück? 2 stück 2 ja 3 stück möchte ich noch oder kann ich noch 3 machen? ja ich kann noch 3 machen ich kann ja noch 4 machen komm 4 noch dann gehts noch schneller wir haben gleich keine ressourcen mehr komm komm 5 kisten also 5 kisten das sollte reichen das wird genau noch reichen für ein Drift das ist gut was ich im Moment hab was brauchen wir noch? Kabel? hast du noch Kabel? hab noch 11 stück 2? dabei dort ist Kabel? dort ist Kabel? da brauchen wir noch Kabel habe ich Kabel habe ich Kabel habe ich so das wollte ich jetzt nochmal suchen scheiße voll ich seh das ist alles schön äh stimmt den Pipe wollte ich hingelegen los ist wahr naja kommt durch Party angesagt äh so wie hießen die wie heißt diese Dinger nochmal? die Rollband ähm ähm keine Ahnung ähm keine Ahnung äh ich kenne nicht nur ich gucke ich gucke äh rubber da die heißen Convited äh hab sie schon ist ja für dich naja was wollte ich noch machen alt wo sind die okay aber hab ich hier gerade alle hingelegt äh gute Frage nächste Frage hast du die gerade kaputt? ja der ist gleich schon wieder am Freuen ohloi 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 mach deinen Abgang bisschen optimistisch ich lebe auch hier am Spielen aber wo sind diese Kackteile? ohloi ohloi neue Ente ohloi 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 übrigens kennen wir uns ja äh warte ich muss ich dazu bauen so äh dat 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 aber ich weiß nicht mal ganz schniebel wär ja hab ich ganz schniebel gesagt wat wär denn so schniebel? hör mal raus lindmarks 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 loi das wär ne idee love it love it sie haben wir da ja ich hab manchmal schon also du machst schon gut ich hab übrigens auch noch 8 Pipes falls du noch welche brauchst ja ich hab auch noch ich hab nur einen Pipes sehr knapp so können wir? warte immer weiter ein bisschen entleeren dann müssen wir wieder ins Bett legen so jetzt äh was rein tun soll ich jetzt noch mal ach so soll ich vorher noch mal die Dinger jetzt hier bauen hier die durchschauen deswegen will ich das da rein ja ruf mal das wegen wie jetzt sind die sind auch falsch sind aber andere als Dennis hat ja die sind in anderer Farbe jetzt hier könntest du nur einfärmen lassen so Hauptsache das eine hier funktioniert einfach nicht äh nein das ist ja dumm ist der Redstone drunter oder so? ah wahrscheinlich weil das Ding ein Redstone-Signal ausgibt nein der hat einfach einen Dorf gehabt oh oh geht er weg ma dann darf bleiben jung oh oh geschafft die die da dran gehen nicht ja gut dann müssen wir die leider weg machen ja wir können die Tüten ja wir können die Tüten ja wir können die Tüten ja einfach einen nach oben setzen das wäre jetzt bin ich natürlich aufgenommen mach mal rin du weißt wie das geht und jetzt noch das richtige Signalstelle am besten Alter ist das hier so kacke zu wahr wahr wie helle ich wollte das mal jetzt auch äh hier in der Kette war sie äh 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 ah ich schaffe jetzt ah aber du hast den Fallschirm gebaut hier Noob ich nehme den auch noch äh hast du den wieder richtig eingestellt im Spawner? ne noch nicht wieso kommen wir jetzt hier wieder raus? geh doch mal weg jetzt lass mich doch mal ruh bauen ja ja ich muss einfach rauskommen Alter der unten der ganz unten in der Mitte unter dem Spawner geht trotzdem nicht ja da kommen die eh nicht hin naja hab'n Ausgang Coty was? oh oh leih wusst ich schon? ja da fließen sie da fließen sie da fließen sie dort ja passt seiten überall äh lass mich raus und alle hopp ja wie bist du rausgekommen? hier oben ist noch bei dir war bei dir war noch keins bei hier dir war noch nicht so ein Teil warum kann ich das nicht einsammeln mit dir? ja jetzt ja was hatten wir da drinnen? ich weiß es gar nicht äh das hier hatten aber wer ist aktiviert da glaub ich zumindest hoff ich boah ich bin ne doch scheiß drauf sooo lass erstmal losgehen ich will die scheiß query aufstellen ja stell mal dein Leben jetzt da machen wir auch direkt auf Maximalgröße? wenn schon richtig sagste wenn schon aber so viel Kisten platz haben wir gar nicht ah das kann noch ein paar Kisten craften ich hab kein Holz mehr scheiße ne irgendwo hab ich hier aber das reine passt hier ist noch ganz viel Holz genau Robberhut 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 genau äh ich hab 13 ich hab 13 hast du noch Holz übrig? ne ich hab alles jetzt gerade verkraftet alles klar schöne Eiche hier ne hä hä wie ist das da drauf gekommen? mit wegen dem wegen dem Oog hier oder was? weil hier ne schöne Eichel steht ne Eichel? ja hier steht ne Eichel äh ah du Schweidchen du was soll ich jetzt noch machen? äh ich mach schon Barrels also mein Schaustchen also die Holz sind schon mal ne Kisten oh da sind sie gespawnt hoffe Koti hoffe klappt eh nicht wahrscheinlich nicht vor allem es klappt nie was ja super die eine die gespawnt ist hängt natürlich immer am Spawner fest totally worth warte ich klack dir direkt äh läuft ich wollte äh ok so jetzt töte die scheiß Teil klappt nicht scheiß Teil klappt nicht warum funktioniert die Kacke nicht? das war scheiße mach mal zu da wieder warum kann ich das nicht ein das ist mega verpackt ich kann hier nix ein damit so oh maa danke aber ich werd's einfach Offscreen fixen er leckt mich doch ich hab Bock mehr ich will die Cray aufbauen hier ist so ne Kiste zack 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 äh in der Zeit während in der Zeit wie wir jetzt dann Dings laufen guck ich mir ein Video an wie das geht so das brauchen wir die Kabel brauchen wir bauen nicht die Kiste brauchen wir die Schöpfer nehm ich mir mit das nehm ich auch nicht mit so können haben wir RedStore haben wir RedStore? ja das wär ganz gut wenn wir einen RedStore fackern nicht wahr? ja ne nur ich beim Aufbauen ja gut aber der wurde schon einmal geladen ja der wurde schon einmal geladen oh der ist mega kacke einfach mega rucker für alle oh ich hatte grad keine Rückmeldung nice oh der ist schwer da seh ich auch schon echt einen Haufen was siehst du? so nen Dings Haufen da ist er kleiner kleiner siehst er ist er ernsthaft so einer? gleich links daneben also gleich hier drehen neben so ne schluck ne das ist auch was das ist auch was wie ist das so einer? irgendwie ja nicht so ne? ne? irgendwie ja nicht so wie ist das einer? was ist denn du? ist er drin oder was? ne so weil ich versuch da reinzubauen ist von nichts also da ist mir nix gegen gekommen ich baust mich da rein was ist das da eigentlich hier? der Obsidianberg hier das sind Totems oder was meinst du? ja ja warte ist das da oben drauf? ganz oben drauf? labest du die Block labest du die Block? was? warst du noch niemand weiter drin? ne warst du noch nie aktiv wat? ich verrasche ja immer wenn immer wenn ich VTBs gespielt hab zwei Wochen später bevor ich dann da reingekommen bin war das Projekt dann beendet weil irgendeiner scheiß Bock miss gebaut hat ja ist übrigens so ein Berg krass raus bevor ich sterbe ja also schnell setzt mir die Queppe drüber was hab ich denn da gefunden? Torns äh ich hab nur rechts den Kohler gefunden eh ich glaub ja auch noch so ein Ding wo wirst du denn? oder? ne ja jetzt setzt mal die Queppe hier drüber ja ich komm mal jetzt ich geh um ja du heißt die ganze Zeit rum dass wir die Queppe aufbauen wollen aber jetzt musst du erstmal in der Twilight erforschen bleib dabei lol weil er wieder keine Ahnung was gut und böse ist es hat mich vergiftet ich sterbe alter, wie schlecht bist du eigentlich ahhhhhh bist du da bist du hi jetzt die Frage wie machen wir das mit den äh mit den mit den mit den Landmarks das ist ja nach oben gelegen ja ok ja ok das ist eine äh sind die hier in der Mitte drin oder sind die einfach unten? ja Mitte also hier drunter einfach überall ich würd sagen so so ungefähr an diesem Platz hier wo ich hier also ungefähr die Höhe ja ich kann ja mal gucken ob hier nochmal los ist ich deadpick's ja ganz gut jetzt das sowieso wer braucht meine EU ne wir können mit der F warte dann geh ich mal wo warst du hier auf dem Block ja das ist egal ist egal ungefähr also wenn wir mit dem Tuch bauen dann mach ich eben die Landmarks ja so ehhh so ja dann wird dann verklicken oder auf 2 wenn man sich verklickt da brauchst du eh 4 Landmarks ne 3 brauch ich warum 3 4 nein mal 3 man braucht 3 ähm ja warum du brauchst auch 4 siehst du das? die blauen Striche? ja ok dann äh geh du in die Richtung und ich geh in die Richtung plattform schonmal glattform schonmal ein wenig sehr schön ja ich hab doch die Kölbe ich hätte die Köbe auch geben können das wär ne Idee gewesen jetzt zu spät ne hier kommt die Köbe hier ran ich veräusche hier manchmal ne ich hab Angst ah die Fresse was soll immer du bist ne Angst äh ich hab nur noch 19 Cobblestone üps ups